Hallo, hier ist Ronja und wir sind heute in Wolf auf der Wintermeb, weil es nämlich viel zu warm ist und hier liegt Schnee und da haben wir uns gedacht, wie schön. Außerdem leckt die hier nicht, also hey. Yay, und zack, start. Okay. What? Tupse Wolf. Oh, hier ist ein Schneeband. Tupse Wolf, 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 tupse Wolf. Ich bin laut, ich bin laut, ich bin laut. Ah, ich bin angegriffen. Oh nein, der aggressive Schombier. Nein, der kippt mich, anderzalb Herzen. Nice, Ronja, das ist die gute Runde, die man braucht. Dieses Drecksvieh. Ich bin am Brodeln. Ja, richtig witzig, Taps, richtig witzig. Weißt du, ich war einmal Wolf, ja, und dann kommt so ein... Du greif mich an, nein. Tupse Wolf, mach mich an. Ich bin leid, ich bin nicht. Tupse Wolf, ich bin halbisch leid. Ich bin so spott. Nanu, was ist denn da passiert? Ich hab keine Ahnung. Woopsie. Florian, ich wiederbelebt Tupse und kill ihn direkt instillt. Upsi, Tupsi. Upsi, Tupsi. Ich hab ausgerutscht. Upsi, Daisy. Ich hab grad... Okay, ne, meint. Äh, ja, passiert, ne? Es ist Tupse. Es ist Tupse. Es ist Tupse. Meinst du, wir wiederbeleben den und killen ihn einfach nochmal? Oder? Ja, machen wir. Okay. Ich hab schon gehört in Gold. Wer auch immer der Wolf ist, kann mich slash tell schreiben. Der kriegt dann die Wiederbelebung Potion und kann ihn dann farmen. Ich hab slash tell geschrieben. Du kannst mich auch mit backslash tell schreiben. Ich brauch aber ein Schwert. Ich brauch auch ne Rüstung. Noch, noch. Ne Schwert. Ich hab noch nicht mal ein Holzschwert. Das ist doch Rott. Ich hab vier Holzschwörter. Ehrlich? Und ich hab ne Polarion. Und ich mein sah. Tupse ist böse, oder? Ich hab ne neun Punkt der Map erkundet, deswegen hat's nämlich jetzt gelegt. Was? Nicht wundern. Muss das generieren, sagst du? Es hat generiert eigentlich. Aber es hat auf einmal gelegt. Tupse schreibt mir, Flo kackt gerne in den Sandkasten. Tupse ist böse. Ich hab ein kleines Problem. Oh oh. Ich bin ganz oben auf dem Ding. So, oder warte, komm ich hier runter? Warte mal. Wo ist denn die Kirche? Ist das hier die Kirche? Ja. Ich bin über dir, Flo. Kann ich aushoffen? Gerade hinter dir. Kann ich das aushoffen? Warte mal. Oh mein Gott, ich hab zwei Herzen. Hey Flo, hast du ein Holzschwert für mich? Mit ein Herz. Au! Träumchen. Nein, Ronja, nicht, 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 nicht. Ich lebe! Ich lebe! Und Rania war zu dumm, um mich zu tun. Warte, wer ist jetzt gestorben? Du hörst deinen Schrei. Warte, nicht, warum, Ronja? Was hab ich zu tun? Nein, war ich der Wolf? Nein, lass mich doch ruhig. Nein, Ronja, ist der Wolf? Oh, ich hab Julian gekillt. Du willst Flo töten? Nein, ich will Flo töten, bitte. Okay, okay, dann töte Flo. Okay, dann gib mir das Schwert. Ich will Flo töten. Du kriegst mich aber nicht down. Töte ihn. Wo ist Flo? Nein! Ich weiß es nicht. Es ist mir egal, ob ich jetzt die Regel damit kaputt mache, aber Flo wird jetzt sterben, weißt du? Nein. Nein. I don't think so, Toops. Wo ist denn? I wanna be Peter. Ah, ich sehe Toops. Ich höre mir jetzt meine zweite Kill-Coin. Okay. Ich hab schon ne. Au! Hey! 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 Oh, ich hab mich noch beide getötet! Oh nein! Hauptere Toops zuerst. Das ist das Wichtige. Ja. Du bist ein schlimmes Mensch. Du bist ein schlimmes Mädel Toops. Ja. Ich bin schon wieder richtig Rondolf. Oh Mädel, Leute. Mädel, Leute. Ja. Seid ihr auch mein Schlimmes Rondolf und leidisch auf mich? Wahrscheinlich ja. Ich find's gut, dass wir Toops targeten. Weißt du? Irgendwann... Toops, geh weg. Weißt du? Es gibt was, das heißt Karma. Ja, was hat das denn gemacht? Bist du immer noch... Warte halt wegen der Scrubble-Runde flogen? Oh, sie kam... Ah, nö. Du bist mir leid, Jörn. Ich spiel halt das Spiel nur normal. Aha. Ich hab halt den Verdacht gehabt. Wie siehst du? Das ist jetzt fixer gewesen. Jörn, ich werde dich wiederbeleben. Jörn schreibt Kill Tobias, der ist es. Nein. Ich spiel normal. Weißt du, was du hast? Ich hab... Ich hab den ganzen Sinn. Ich... Ich werd jetzt... Jörn, es tut mir leid. Ich werd... Ich mich entschuldigen. Flo will mich jetzt töten. Ich... Ich bin beunruhigt, weil Flo mich die ganze Zeit anguckt, aber das ist dein Hinterkopf. Oh nein, ich hab Rubies. Ich hab fast genügend, Jörn. Ich hab fast genügend. Wofür? Hä? Wofür hast du fast genügend? Jörn, halt dich bereit. Jörn, halt dich bereit. Wofür? Achso, wie war wir den? Ich versteck mich jetzt, weil ich bin ein Schaf. Ist mir egal, wer von euch jetzt ist. Du bist doch gar kein Schaf, das ist eine Lüge. Doch! Never bist du ein Schaf. Du bist ein Fuchs. Du bist ein Welf. Worn ist ein Fuchs. Ja, richtig. Nein, Ronja, nicht angreifen. Irgendjemand kommt wieder. Ich greif dich doch gar nicht an. Du hast Fallschaden genommen, du Depp. Nein, nein, trotzdem. Du kamst auf mich zugelaufen. Bitte, Ronja. Hast du noch Gold? Nein. Hast du noch Gold? Hast du noch Gold? Hast du Gold? Nee, ich hab kein Gold. Ich hab dir grad was Schönes gegeben. Okay. Sei in meinem Team. Blut. Blut und Ehre. Für die Horde. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Jo. Ich weiß, dass du Wolf bist. Ich pin es jetzt legit nicht. Jo, wo bist du? Dann lass uns das klären wie Männer. Es ist Tops. Es ist Tops? Du lass uns das klären wie Männer. Ich glaub schon. Oder Ronja. Nee, ich sag eher, es ist Ronja. Warte, wie viel Gold brauchst du, Tops? Für Wiederbeleben? Das hab ich jetzt aufgebraucht, weil ich wollte mich gegen Flo wappen. Wieso kann ich mir kein Geschenk kaufen? Das ist wieder unfair. 40 Gold? Ich hab 40 Gold. Tatsächlich. Ich kann mir kein Geschenk kaufen. Wir können Julian wiederbeleben. Wolfsuche. Entweder Ronja oder Julian. Es ist sowas von Ronja. Was? Nein, ich bin nicht der Wolf. Nein, ich bin nicht der Wolf. Wirklich. Also lass dir das von niemandem einreden. Tops. Ich glaub du weißt, was... Oh nein, mein Schwert rollt noch. Meiiiins. Das war so ein Pferddings. Mein Schwert hat noch gewollt. Ich bin schon wieder richtig Ronja. Rondolf. Ich hab ein Rollerbruch. Okay, jetzt... Jetzt wollen wir mal Team in die Runde, ich bin jetzt ein Scharf-Safe. Hm... Weißt du, ich hab schon mit jedem geteamt. Dankeschön mit Slaymen. Jetzt würde ich mal mit dir teamen. Okay. Hey Tops, willst du mal Team in die Runde? Jetzt auf einmal, ne? Hey, ich hab letzte Runde schon geteamt mit dir. Ich hab dir die Grotus gegeben. Jetzt auf einmal wollen sie alle mit mir teamen, weil sie wissen, dass sie gewinnen sollen. Okay, wer will denn mit mir teamen? Ich nehme Anfragen per PN an, ich bin Wolf. Ich bin Wolf. Ha, Slaymen in die DMs. Also möglicherweise bin ich Wolf. Das wissen wir natürlich nicht. Das könnte ein Witz sein. Ich bin kein Wolf, aber ich könnte mir vorstellen, dass Jürgen diesmal Wolf ist. Ich glaub Jürgen hat seine ganzen Haas gesammelt und er hat sich dann projiziert. Ob es als Wolf werden? Ich kauf jetzt. Was ist Jürgen? Ob es ist Notizzettel als Frühstück. Ja und? Wer ist, warum soll ich das nicht machen? Ja darum. Ja darum ist keine Antwort Jürgen. Ja doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Das machen sie manchmal lange. Das kann jetzt eine halbe Stunde lang gehen. Nein. Das ist beunreugend. Nein. Doch. Weil man also die Gespräche mitkriegt. Nein. Doch. Nein. Doch. Stopp. Was denn Ronja? Nein. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ja dann. Ja siehste. Ich hab nein gesagt. Du hast doch gesagt. Nein. Ich hab's nicht gehört. Nein. Ich hab's nicht gehört. Nein. Ich spuste dich. Nein. Julian gib die Rubies wieder her. Julian gib die Rubies wieder her. Julian gib die Rubies wieder her. Tom spuste dich. Geh weg. Gib mir die Rubies. Was? Julian gib mir die Rubies. Julian gib mir die Rubies. Es war Ronja. Es war Ronja. Ja. 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 Ronja. Ja. Ich glaub langsam musst du mal besser als Ronja werden oder so. Ohne es böse zu meinen. Meiner. Denk mal an die Enten in. Ja. Denk mal an die Enten hier in Nordamerika. Ich bin schon so 8 Mal hinterher nach Schau. Ich bin jetzt auch Schau. Keine Ahnung. Manchmal ist das lustig. Trickt. Einmal irgendwie als wir. Als ich meine Aufnahmesession hatte. Ich war jetzt dreimal hintereinander. Wolf und richtig Ronja gleichzeitig. Hab ich gedacht. Oh oh. Wir haben wieder ein Systemfehler. So wie damals bei Flo. Aber jetzt bin ich noch immer Schau. Also alles gut. Es ist nicht shit nix. Tops ist das meine Kiste. Wenn du das mir klaust dann bin ich böse. Ja der hat schon hier. Alle sind schlauer. Es gibt keinen Systemfehler. Rubies werden geschlaut. Und ihr habt sogar gesagt. Oh. Flo ist schon 5 Mal Thanos. Flo cheatet. Aber es ist ne shit nicht cheaten. Es ist halt random. Aber es kann halt auch passieren. Random. Ihr habt halt ne 25% Chance. Hallo Ronja. Hallo Ronja. Hallo Ronja. Ok Ronja ich rechne es dir aus. Wie oft wurdest du jetzt hintereinander Wolf? Dreimal. Aber ich wurd gleichzeitig auch immer richtig Rondolf. Das ist Zufall. Ok. Was heißt 25? Ja. Ich kann. Flo. Ich hab Statistik. Mein Freund der Sonne. Und das ist legit. Weißt du. Weißt du. Ja eben. Dann musst du ja wissen. Ich verstehe es ja. Ich weiß ja. Es ist nur witzig. Julian. Julian. Warum. 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 Weil du mich auch getötet hast. Kennst du dich auch. Stochrastik. Ja sicherlich. Sicherlich. Wenn du da Fragen hast. Wend dich da einfach an mich. Ne. Kein Ding. Ich hab wirklich nichts gemacht. Alles klar Tops. Ich zieh durch. Nein Flo. Nicht. Aus. Jetzt ist der Pop-Stamm vorbei. Ich kann keine Kisten looten. Flo still. Flo still. Flo still. Flo still. Böser. Böser Flo. Ich hab ein halbes Herz. Alles. Alles. Flo. Flo. Warte mal. Du kannst für Rubies gar keine Slime Pads kaufen. Die gibt's für Kill Coins. Oh nein. Oh nein. Mein Trade war invalid. Ja. Du hättest gar nicht traden können. Ja. Wurde ich gescammt. Ich kann nichts dafür. Wer hat mich wiederbelebt. Ich nicht. Tops. Ich Tops. Weil ich ein gutheißiger Mensch war. Ich bin alle leer. Ach so das. Woah dammit. Hallo Ronja bitte. Nicht Ronja nein nein ich nicht. Ich mache nichts nicht. Ich mache nichts. Ich mache nichts. Ich mache nichts. Ich habe einen creepy langen Arm. Ich kann hier nicht hoch Tops, jetzt gehst du schwein Warte, 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 Tops, warte, bleib hier, ich hol mehr Tops, das machst du Tops, oh mein Gott Alter Oh bist du Tops Oh bist du Tops Tops ist auf Komm mir nicht durch Oh Zeit Tops ist es Ich glaube er mag es Ich glaube auch, es schmeckt dir gut Oh ist Tops So kleine Eckchen Geht's dir gut? Oh Ich glaube ihm geht's nicht so Tops, willst du ne Freundin? So Leute, ich zeig euch den Weg nach Norden Norden Okay Okay Und jetzt Was machen wir jetzt? Richtung Norden Ich geh auch nach Norden Das ist der neue Tanz Das ist der Ich hab einen Anfall Seiche Seiche Du kriechst durch den tiefen Schneetopf Das ist ein automatischer Staubsauger Wirf mal so Sachen hin Leute, ich komm nicht in den Stahl rein Leute, ich komm nicht in den Stahl rein Leute, wo seid ihr? Leute, wo seid ihr? Leute, wo seid ihr? Leute, seid ihr? Leute, seid ihr? Ich fang Bleib, Leute, Tops sagt es auf Guck, guck hin Warte, er kommt schon mal Stabstlager Hahahaha 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 Ich will nicht so widerstehen Ein Herz, ein Herz, ein Herz, ein Herz Ein Herz, ein Herz Ich hab ne halbes Herz Wer ist gerade gestorben? Eigentlich hier so gut verstecken Eigentlich hier so gut verstecken Da hab ich nur ran, Ronja Oh, oh, nein! Oh, der schlag mich Und stirbt an der Aragon-Rüstung Das ist unfair Ich hab einfach gar nichts Ich hab einfach nur die Mühe Na gut, dann macht es mit dieser Folge Minecraft-Volk Oh, meiii Falls es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da Oh, I know Ich komm jetzt leider nicht mehr auf den Server, also Macht's gut Und ähm Behandelt eure Staubsauger gut Ciao! Ciao! Ciao!